Pelaike Pelaike ist geblockter Schuss und sie kann rausspielen. Und die Möglichkeit für Miglio bringt die Scheibe aufs Tor und da ist der Treffer. Das Wunder wird nicht mehr eintreffen. Kein Eising mehr. Und die Selberwölfe sind Oberligameister. 20-21. Mit 2 zu 4 setzen sie sich gegen Wir haben auch fast noch jetzt durch. Wir haben auch fast noch jetzt durch. Wir haben auch fast noch Denkst du dich zu deinem Dream. All du musst du tun ist, dass du dich in dir selbst bist. Don't quit. Don't stop. Keep going. Till du kommst du den Top. Da ist der Tipper, Fias Niklas dieft zum 1-0. Was ein mega Take von Anja Brölls! TOR! Was ein Fünfer! Ein TOR! Der beste Plus-Minus-Mann der Liga trifft Jan Niklas Pietsch! Komschen holt aus! Und das Ding geht durch! Und da ist der Treffer! Thomas Zupic! Boah! Das zieht aus! Das zieht aus! Super durch! Klasse Bewegung! Und Red Jäger macht alles dicht! Was ein mega Take von Anja Brölls! Hörleinrich tanken sich da richtig stark durch! Witzki auf Knau! Treffer! Mit Knau! Herr Meldt hat eine Treppe! Herr Witzki hat eine Treppe! Herr Witzki hat eine Treppe! Was für eine Vorarbeiter von Ross! Das ist der erste Treffer! Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist der neue Patrick Klemmer! Und die Skorpion starten erneut wie die Feuerwehr! Und der Treffer geht an Mario Trabucco! Louis Strander trägt sich auf! Und er vermerzt die Dritte in den Top! Endgirats mit dem Ausfall! Werder Gronter und da ist die zweite! Ure Führer! Alexander Heinrich, der Kapitän! Voller Fokus! Voller Einsatz! Wir wollen Spiele gewinnen! Denn die allerschönste Zeit von jeder Season beginnt! In jedem Spiel mehr Prozent! Einsatz zeigen für den Mannschaftsgeist! Jeder Kämpfe jeden zeigt, dass ihr ne Mannschaft seid! Dafür müssen alle noch ne Schippe drauflegen! Die auf dem Eis wie auf den Rängen wollen zusammen diesen Traum leben! Werden nie aufgeben! Jeder muss abliefern! Ab heute zählen keine Ausreden! Es wird nicht einfach, doch jetzt zeigt sich wer ein Kämpfer ist! Und wir fighten, weil's nur diese eine Chance gibt! Zeit zu beweisen, dass man voller Stolz das Trikot trägt! Und nichts erreicht für diesen Club und seine Farben lebt! Weil wir die Scorpions sind, wir haben dieses Ziel vor Augen! Es ist zum Greifen nah, wir müssen nur dran glauben! Ganz egal was vorher war, es zählt das hier und jetzt! Denn jedes Spiel in den Playoffs hat sein eigenes Gesetz! Wir brauchen unbedingt nen Siegeswillen! Und jeder Sieg, den wir erringen, ist ein Riesenschritt! In Richtung Meisterschaft, was haben wir zu verlieren? Also lasst uns zusammen kämpfen, denn die Scorpions sind hier! Ich bin Figur! Ich bin Jonas! Och Tja Ruharn, ein Tom! Är immer zum alten Kappたい!?